Aber guck mal, die smoothen Engraven jetzt hier, hier wird auch noch gesmoothed, der Thronsaal geht langsam voran und die Bibliothek. Ich meine, ist die Bibliothek nicht komplett über der Kneipe, sondern nur bis hier ungefähr. Das heißt, es ist nicht ganz so laut, ist auch nichts los in der Kneipe. Kaum Besucher da. Ja, es bringt ja nichts, das Geröll jetzt schon wegzuräumen. Bleiben wir noch nicht durchsichtiger, dann überlegen wir, ob wir aus der untersten Ebene nochmal wieder einen Rand drumherum graben. Ich glaube, das wird sogar Sinn ergeben. Einfach sozusagen nur nochmal, dass wir nochmal diesen Rundkurs haben, falls man nochmal was ist. Das ist falsch. Das haben wir auf der oberen Ebene ja auch, das spart ein bisschen Zeit beim Laufen, ne. Weil wir nicht immer durch die Halle müssen. Außerdem können wir dann sozusagen das Geröll, das hier drinnen ansteht, wie vorhin einmal vorgeschlagen, außen in diesem Quergang einmal lagern. Dass es dann weg ist. Ich glaube, der Meiner macht das jetzt hier. Wir warten noch hier auf die letzten Engravings. Eine Petition, wer will was. Gildenhalle für die Stonecrafter, kein Problem. Zone, Meeting Area, machen wir es hier. Akzeptieren für Gildenhalle für die Stonecrafter. Stonecrafter waren es, ne. Ich hoffe, ja. Sonst schimpfen sie wieder. Wenn sie Stoneworker waren, wäre es jetzt doof. Habe ich gar nicht hergestellt, bisher Schubkarren, ne. Und warum denke ich an solche banalen Sachen in letzter Zeit immer so selten. Wurden Bühelbüros, wir machen einfach mal 20, weil wir genug Holz haben aktuell. Und das heißt, ich müsste mit den Stockpiles, wie zum Beispiel dir, einmal sagen, ich mach mal den Dotto X4. Dann kommst du auch 4. Kommt einfach alle 4. So, warte mal so. 4. Ich muss das mit dann bestätigen, ne. Und das hier bestätigt. Nö, macht er trotzdem automatisch. Noch mal gucken. Perfekt. Na, guck mal, dann haben wir jetzt die Schubkarren. Das hilft hier nicht, weil hier heute viel zu viel ist. Es ist alles ein Graveborn. Perfekt. Das heißt, meiner bitte channeln. Die letzte Ebene unserer großen Halle wird gebuddelt. Hauptsache der Sarg verschwindet irgendwann mal da unten raus, ne. Ich weiß immer noch nicht, ob das vielleicht ein Sarg ist, wo sogar noch ein Zwerg drin liegt. Was ich immer noch hart finden würde. Aber ich kann es nicht beurteilen. Zumindest wenn ich draufklick, hier steht da nichts von einem Zwerg, der da drin liegen würde. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass da keiner drin ist. Wenn die letzte Ebene halt hier gechannelt wurde, dann schmeißen wir die Steine erstmal irgendwo draußen hin. Über den Dump. Wie es vorhin vorgeschlagen wurde, die Idee ist gut. Und dann können wir es auch draußen wieder laufen. Dann können sie nachher die Steine, die sie brauchen, können sie sich dann nachher nehmen. Dann werden sie erstmal los und vor allem sind alle Zwerge dann auch erstmal beschäftigt. Wenn das alles gedammt werden muss, ist das natürlich auch eine Masse, ne. Aber alles, was wir gebrauchen können an Steinen, können sie dann mit den neuen Schubkarren, die hier irgendwann hergestellt werden, oder die hier aktuell hergestellt werden, können sie dann wenigstens abholen. So, unser Militär sollte ich vielleicht mal kurz wieder ein bisschen frei kriegen. In der Hoffnung, dass jetzt keine neuen Amphibienmenschen kommen, die unsere Festung zerstören wollen. Wir können auch, um das zu unterbinden, das Bow einfach nochmal wieder aktivieren, wo wir aber alle Zwerge dann wieder zuweisen sollten. Dann kommen nämlich erstmal Zwerge, die jetzt draußen rumlaufen, erstmal wieder rein. Sollten noch welche draußen rumlaufen? Aber der Hase vielleicht nicht. Da müssen sie aber auch die Steine so weit schleppen. Das sind ja hunderttausende von Steinen, die da unten rumliegen. Von sieben Ebenen. So, ziehen wir nochmal kurz hier am Hebel. Am besten sofort, dann haben wir es hinter uns, können wir ein Bogo auflösen. Äh, wieder freigeben. Nö, Schwein. Danke. Bist du ja sonst ein bisschen schade für das Schwein gewesen? Um das Schwein gewesen. Tschüss Katze. So, ich hoffe wirklich, dass es wieder nur Katzen sind, die draußen sterben werden und nicht irgendwelche Zwerge. Item not accessible. Welche Items sind denn jetzt noch nicht wieder im Bogo drinne? Ich hab das Bogo, das umfasst doch alles. Ach ne, den äußeren Ring erstmal nicht. Der ist jetzt ja gerade neu gekommen. Okay, verständlich. Aber das ist alles drinne. Das. Das auch. Ist doch alles. Der Friedhof ist nicht drinne. Das ist schlecht. Vielleicht schon mal weiter, weil der Friedhof ja irgendwann auf die andere Seite noch mit erweitert wird. Das ist alles drinne. Hier ist die Mitte nicht, aber da geht ja eh keiner lang. Und die Schlafhäuser, alles da. Und jetzt waren ein paar Kleinigkeiten nicht drinne. Aber okay. Jetzt geht's. Jetzt passt es. Hoffentlich. Merken wir das nächste Mal, wenn wir das Bogo anschmeißen. Wenn es dann wieder heißt, die Höhe ist nicht erreichbar. Oh, die Goblin-Sachen, ne? Oder Silberbolzen und so weiter brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir nochmal nach unserem Knochen-Stockpile, wo ich gerade Bolzen gesehen habe. Und stelle fest, keiner hat Bock Goblin-Knochen einzulagern. Wir können auch Goblin-Schädel einlagern. So, was wir jetzt hier. Goblin-Schädel. Goblin-Körperteile. Nein. Genau, noch Goblin-Szähne. Goblin-Haare. Aus Haaren kann es aber... Mein Knochen-Stockpile funktioniert nicht. Und das wundert mich gerade. Das hat immer funktioniert. Da habe ich einfach keine Goblin-Leichenteile. Doch. Von hier sind die Knochen-Stockpile weg. Trogletytskelett und so weiter. Die Trogletyten sind ja da. Ja. Es hat funktioniert. Du kannst aus Blättern... In diesem Fall haben wir jetzt aus Blättern Lehm gemacht. Oder Clay in dem Fall. Im Frühjahr... Wenn der Schnee weg ist, kann ich es zeigen. Wenn du auf der Ebene der Blätter baust... Und auch noch Blätter da drüber sind. Weil die Blätter über zwei Ebenen gehen. Entsch... Wird der Bau des Floors abgebrochen. Aber es bleibt... Lehm liegen. Ich dachte, es bleibt vielleicht Sand liegen. Aber in dem Fall war es einfach Lehm. Oder Clay. Das heißt, ich könnte jetzt Clay halt dort... Eine Clay-Zone machen. Was mir nicht hilft. Ich wollte eine Sandzone haben. Das war ja meine Hoffnung. Deswegen habe ich diese komische Konstrukt da gebaut. Weil ich in der letzten Festung gemerkt habe... Wenn man auf Bäumen Böden baut... Also einen Floor auf einem Baum baut... Kommt der Boden, der da drunter ist, irgendwie... Statt dem Floor. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist mein Gedankengang auch ein bisschen abstrus. Aber in der Theorie hat es geklappt. Wir haben jetzt Clay auf dem Baum. Aber kein Sand, wie ich es gehofft habe. Es ist halt Sandy Clay. Und deswegen hilft es mir nicht weiter. So was ist doch schon wieder scheiße. Warum bist du tot? Wo kommt jetzt die Spinne her? Wo kommt die her? Wie ist die jetzt hier reingekommen? Leute, ihr müsst eine Riesenspinne töten. Aber wo kommt die denn jetzt her? Wie haben wir die denn hier reingelassen? Grey Skirt. Die sechs Jahre alte Riesenspinne. Also normalerweise sind die Spinnen kein Problem. Ja, aber die muss ja reingekommen sein. Moin, Caleb! Die muss ja genau dann reingekommen sein. Ich gucke erst mal der Spinne zu, die jetzt hoffentlich gleich stirbt. Wir haben zwei tote Zwerge. Und jetzt eine tote Spinne. Nein, die Spinne ist jetzt ja doof gewesen. Nein, also das Militär war draußen. Ist reingegangen. Und direkt danach wurde die Brücke zugemacht. Die Spinne ist jetzt ges... Nein, die passt aber theoretisch von der Ebene. Ebene 11 und ist hier halt hier rumgedümpelt. Die muss... Also ja, es ergibt Sinn, dass sie hier reingekommen ist. Aber ich weiß nicht wie. Die muss ja wirklich in den Bruchteil von einer halben Minute hier reingekommen sein, als das Militär weg war. Aber die Brücke noch nicht oben. Okay, ist halt nicht... Also klar, kommt vor. Nervt aber, weil es schon wieder... Nervt aber, weil der Lieder schon wieder tot ist. Nervt aber, warum? Nervt aber, der hätte sich doch die Spinne töten können. Guck mal, Dieter ist ein Novize-Ext-Warf. Stimmt, der war Soldat, aber wir können Dieter nicht nehmen. Oh, das ist ja voll schön. Dieter jetzt als militärischen Anführer. Einmal im Monat hast du einen Wehrlizard als Soldat. Wir nehmen ihn total unfähigen Anführer. Die hat keine Ahnung von Soldaten, aber der ist jetzt der neue Chef. So. Und ich mache einen neuen Squad. Mit dem Captain of the Guard. Du bekommst einen eigenen Squad. Mit der Standard-Axt. Du bekommst auch einfach irgendwelche Leute jetzt. Ich war gerade mal überlegen, ob kleine Spinnen irgendwann zu großen Spinnen werden. Aber eigentlich nicht. Was ist denn jemand denn? Irgendwelche, hier ist es. Der Captain of the Guard bekommt den Gammeltrupp hier. Mit allen möglichen Zwergen, die nichts können. So irgendwelche Hunter und Pump Operator. Die Bienenzüchter. Haben wir noch irgendwo einen Bienenzüchter? Oder so einen Fischzerleger. Milker. Ich finde immer noch, dass das nur richtig ein Trailer. Nein, Fischcleaner. Und keine Ahnung. So ein Jäger. Und hier macht ihr Schedule. Warte mal. Copy. Paste. Dann macht ihr dasselbe. Finde ich gut. Und hier haben wir jetzt zwei Truppen. Und das heißt, wir sind ein bisschen klein jetzt hier mit zwei Betten und zwei Kisten. Aber ihr macht das schon, oder? BFG. Guck mal, ihr kriegt doch ein paar Betten hier mehr rein. Noch drei Betten mehr. Hier machen wir sogar vier Betten. Hier haben wir sechs Betten für 20 Soldaten. Das ist doch super. Und dann kriege ich noch ein paar Kisten dazu. So. Nicht, dass ich hier noch einen Soldaten-Harrer beschwert. Der hätte keine vernünftige Kaserne. So, den Count habe ich nicht hochgesetzt. Jetzt sind wir noch bei elf. Ich muss ihn auf 13 setzen. Richtig, richtig. Heute erst vier Zwerge verloren. Heute. Sagte er, bevor alle anderen starben. So, das haben wir. Haben wir jetzt. Ist der Dingsjob eigentlich fertig? Scheint so. Haben wir jetzt tatsächlich. Wann muss ich nochmal ausprobieren. B-Construction-Floor. Macht er nicht, weil da ist er die Dings. Wir müssen gleich die Gold-Statue nochmal umbauen. Also die Statue nochmal umbauen. Aber wir machen jetzt erstmal unseren dekadenten Gold-Boden in den künftigen Thronsaal. Die Statue als Artefakt muss dann von dort nach da wandern. Weil ich kann unter einer Statue jetzt keinen Boden ändern. Ich kann jetzt gerade kurzfristig überlegen, ob wir auf die Wand rausreißen aus Gold. Und wir werden von einem Geist schon wieder heimgesucht. Moment. Während ihr den Gold-Boden legt, gucken wir mal, was wir mit unserem Geist da anstellen. Ghost. Da. So. Macht das mal am besten direkt, damit das nicht länger dauert als nötig. Jetzt kommen sie ja alle mit dem Gold-Boden. Die reißen wir jetzt ab. Genau. Warte vorhin stecken, ist ja egal. Da steht mir jetzt am Boden schon. Ich bin gerade am überlegen, ob das jetzt ein schöner Boden ist oder nicht. Aber wir bauen erstmal so, Start da wieder hin. So. Und dann brauchen wir natürlich wieder das eine Feld. Gold, Gold-Boden. Wahrscheinlich, aber ist ja egal. Da muss danach nur eine Königin drauf sitzen, äh, laufen. Und, äh, Leute, die mit ihr sprechen wollen. Und ja, eine Statue steht jetzt auch schon wieder da. Das ist ja super. Dann müssen wir noch ein paar Plattenstatuen herstellen. Einfach nur, um den Raum halbwegs schön zu machen. Ich weiß nicht, warum die beiden Sachen, oder die eine Sache, wie das ist, beendet ist. Ach, weil der Stein da noch drauf lag. Okay. So. So.